Hey, wo willst du denn hin? Fang! Ich mach den Weg frei, folg mir! Los hier, Spider-Man! Wir schaffen das! Schlechte Nachrichten! Ihr schafft das nicht, Kumpel! Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs! Zerkümmert ihr mit Schädel! Das macht ihn endlich fertig! Er hat dich eingesprungen! Das nennt man wohl feilselige Arbeitsumgebung. Hoffentlich bist du versichert! Ich muss die Schützen ausschalten! Fang an zu binden! Ich glaub, das waren alle. Los, los! Die Aufzüge sind abgeschaltet! Nehmt die Treppe! Ich mag es lieber etwas direkter. Spider-Man, Status? Auf dem Weg nach oben! Und hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an! Unsere Helis sind unter Beschuss! Und Fisk hat bewaffnete Männer auf jeder Etage! Er ist verzweifelt! Und wehrt sich mit allem, was er hat! Ich muss ihn finden und die Sache beenden! Noch nicht! Wir haben ein Gespräch abgehört! Sie löschen alle Daten von Ihren Servern! Wir brauchen Beweise, wenn wir ein Ding festmachen wollen! Okay, auf in den Serverraum! May ruft an! Ich geh besser ran! Ähm, hallo Tante May! Was ist das für ein Lärm? Ich seh mir einen Superheldenfilm an! Was gibt's? Wollte nur fragen, ob es bei unserem Abendessen morgen bleibt? Na klar! Hey, ich muss los! Okay, hab dich lieb! Ich dich auch! Feinde, im nächsten Stock! Mein Stichwort! Spider-Man! Elender! Genug gespielt! Ich lasse dir das Hirn wegschieben! Reiß ihn ein! Feisthalten, damit er nicht aufschwingt! Dachtet ihr denn wirklich, dass das gut ausgeht? Feisthalten, damit er nicht aufschwingt! Komm runter und kämpft wie ein Mann! Er ist verletzt! Mach mal ne Pause! Und der nächste! Na los! Fisch bringt uns um, wenn wir ihn nicht durchreißen! Na, denkt ihr über euer Leben noch? Du hast es so gewollt! Muss den Serverraum finden, bevor alle Beweise vernichtet sind! Wenn ich hier reingehe, zerstören sie alle Beweise! Ich muss mich irgendwie reinschleichen! Da ist er ja! Mein kleiner Privateingang! Fisk ist zwar ein richtiger Schmutzfink, aber seine Luftschächte sind echt sauber! Wenn das alles gelöscht wird! Das Löschen geht eben nicht schneller! Niedlich, wenn sie so nichts ahnend sind! Wie sieht's aus? Die Hilfe ist geschafft! Wann ist das auch immer wieder ewig? Die Hilfe ist was dahin! Ich bin von der Zeitalter Sox-FKO. Kann ich nicht nachher? Ich bin von der Zeitalter Sox-FM noch nicht nehm. Komm her! Komm her! Komm her! Bin ich hier beim Support? Ich hab mein Passwort vergessen. Spider-Man! Hörst du mich an die Konsole? Ja, ich hab ihn! Haltet ihn auf! Warnung! Komplette Löschung steht bevor. Stoppt ihn! Das System löst noch! Und ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Der Boss will deinen Kopf. Komm beiseite! Ach der Weg! Noch zehn... Muss die Konsole erreichen, bevor alles gelöscht ist. Mal sehen, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, ihr habt den letzten Kernel-Patch vergessen. Du versteckst dich im Serverraum. Wie fein! Sogar für dich! Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren bist du immer noch bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammt! 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 Brecht die Tür auf! Sofort! Na, einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangster-Boss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Der Boss hat die Nase voll von... Ohne mich gerät der Abschaum, den ich in Schach gehalten habe, außer Kontrolle. Und das ist deine Schuld! Es war ein weiter Weg, Fisk. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Tja, dann mach dich besser bereit. Warum macht er uns fertig? Ich schlag dir den Schädel ein! Halt still! Juri, eine Explosion! Ich hab's gesehen. Fisk könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihn freie Bahn verschaffen. Ich bin slecht! Warum betrifft du das, Spider-Man? Ich kann das, dass man nicht so macht. Berin! Ich glaube, das war cool. Wir fahren alle. Der Weg ist frei. Los! Hey, Jungs. Ich glaube, Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Sie scheint festzusitzen. Kümmer dich um sie. Wir suchen die Bomben. Hilfe! Ist da jemand? Sie wurden bei der letzten Explosion eingeschlossen. Ich muss sie befreien. Los! Alle weg! Evakuiert das Gebäude! Ich hab da hinten auch Leute gehört. Ich werde sie finden. Spiderman! Wir können nicht weg! Wir sitzen fest! Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Los! 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 Vielen Dank! Er hat's geschafft! Okay, Willy. Ich komme! Spiderman, ich bin's, Yuri. Wie geht's, Captain? Könnte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich Fisk ein Heli ruft, können sie die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. Verdammt. Yuri! Schick die Sanitäter! Schnell! Ich versuch's! Oh oh! Achtung! Jetzt ist Schluss! Mehr Raketen? Bisschen übertrieben, oder? Was? Ist nationaler Raketentag, oder so? Hoffentlich bist du versichert. Erwischt! Mann, wie sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen? Nur die Ruhe! Jeder bekommt was ab! Oh, jetzt! Ach, ich hab was gefasst! Oh, komm schon! Okay, alles klar. Das Bombenkommando ist schon voraus. Ich hoffe, sie sind okay. Seid ihr in Ordnung? Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Achtung, Boss! Achtung, Boss! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Er ist es nicht so, was wir zum Beispiel.